Na alle zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Battlefest.nawix Und zwar wollen wir heute wieder ein paar Kisten aufmachen Wir waren wieder einmal in einem Vision Run 5 Masken Und ich hoffe doch, dass ich mal was Sinniges rauskriege Ich habe wieder einen durchgeboostet hier Der Kunde hat leider jetzt auch nicht so ein gutes Item gekriegt Aber vielleicht kriege ich ja ein gutes Item raus Und zwar könnte ich was mit Zwielichtsverwüstung brauchen Oh warte mal, habe ich immer noch Highlight drin? Ah, ich war vorher Schwanzmog rein, sondern machen wir mal wieder Wildhalt rein Und, was ist es? Mastery Versa, das ist schon mal gut Aber wir haben Meisterschaft drauf, das ist halt nicht ganz so gut Ja, aber das ist glaube ich nicht besser als das, was ich anhabe Weil da habe ich Lifestyle drauf Und Lifestyle ist auch nicht so verkehrt tatsächlich So, wir haben wieder einen Run fertig Ich hoffe, ich kriege diesmal ein gutes Item raus Ähm, und zwar würde ich ja noch einen Zwielichtsverwüstungs-Item brauchen Mal gucken, ob wir ein wenig Glück haben Naja, na, und? Ach komm, was kriege ich denn wieder? Irgendwas mit Crit Ah, gut, das war mal wieder nix Zwei Runs waren es jetzt glaube ich die Woche Ich glaube, mehr werde ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr machen Die niedrigeren Items lohnen sich eh nicht mehr Ähm, ja, das war's an der Stelle Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne im nächsten Video wieder reinschauen Euer Tela, bis dann, äh, ciao